Am Abend des 11. Dezember 2006 ereignet sich eine Tragödie in der kleinen Stadt Erba in der italienischen Provinz Como. Bitte lasst ein Like da und denkt daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Gegen 20 nach 8 am Abend bemerken die Menschen in der Innenstadt, dass ein Feuer ausgebrochen ist. Es brennt in einer der Wohnungen in der Straße Via Amado Dias Nummer 25. Zwei Nachbarn, einer davon bei der Freiwilligen Feuerwehr, betreten das Gebäude und gehen in den ersten Stock, wo sich die brennende Wohnung befindet. Dort auf dem Treppenabsatz in der offenen Wohnungstür liegt der 65-jährige Mario Frigerio. Er hat eine schwere Verletzung am Hals, doch er lebt noch und kann aus dem Haus gebracht werden. In der Wohnung finden die beiden Nachbarn die 30-jährige Raffaela Castagna. Ihr Körper steht bereits in Flammen. Zwei weitere Personen, Raffaelas zweijähriger Sohn Youssef sowie ihre Mutter, die 60-jährige Paola Galli, sind in der Wohnung. Alle sind genau wie Raffaela bereits tot. Mario Frigerio, der aufgrund seiner schweren Halsverletzung nicht sprechen kann, deutet an, dass sich noch jemand in der Wohnung im zweiten Stock befindet und kurz darauf hören die Nachbarn Hilferufe einer Frau von oben. Es ist die 55-jährige Valeria Cerubini, die Ehefrau von Mario. Tragischerweise kann ihr und auch ihrem Hund, der ebenfalls oben in der Wohnung ist, nicht mehr geholfen werden. Die Flammen wüten mittlerweile im ganzen Treppenhaus nach oben und die Feuerwehr ist noch nicht da. Die Nachbarn können nichts mehr weiter tun, als sich aus dem brennenden Haus zurückzuziehen. Nachdem die Feuerwehr schließlich den Brand gelöscht hat, wird festgestellt, dass alle der vier Toten schwere Stich- und Schnittverletzungen überwiegend im Halsbereich davon getragen haben. Raffaela, Youssef und Paola sind bereits verblutet, bevor der Brand ausgelöst wird. Valeria, die ja noch nach Hilfe gerufen hatte, ist trotz ihrer 34 Stichverletzungen zum Schluss an einer Kohlenmonoxidvergiftung durch das Feuer gestorben. Die Polizei findet Hinweise darauf, dass die Tat von zwei Tätern verübt wurde. Einer von ihnen war Linkshänder und sie hatten verschiedene Messer dabei, eins mit einer langen und eins mit einer kurzen Klinge. Außerdem haben sie ein Eisenrohr verwendet. Mario, der einzige Überlebende, hat einen Messerstich in den Hals und weitere Stichverletzungen davongetragen, doch er hat eine angeborene Fehlbildung der Halsschlagader und dies hat in seinem Fall tatsächlich dazu geführt, dass er trotz der schrecklichen Verletzung nicht verblutet ist. Davon sind die Angreifer sicher nicht ausgegangen. Bei seiner ersten Befragung im Krankenhaus beschreibt Mario einen dunkelhäutigen Mann möglicherweise arabischer Herkunft. Er soll bis zu 10 Zentimeter größer als er selbst gewesen sein. Zunächst konzentrieren sich die Ermittler auf den 26-jährigen Asus Masuk, den Ehemann von Raffaela, der wegen Drogenhandels vorbestraft ist. Er ist nicht vor Ort auffindbar, was ihn sofort verdächtig macht. Die Polizei beginnt nach ihm zu verhandeln. Doch er befindet sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in seinem Heimatland Tunesien, um seine Eltern zu besuchen. Als er von den Geschehnissen erfährt, kehrt er sofort nach Italien zurück, beantwortet alle Fragen der Polizei und scheidet als Verdächtiger aus. Allerdings erst, nachdem er bereits in der Presse diffamiert worden ist. Als nächstes vermutet die Polizei, dass die Tat durch Asus vorherige kriminelle Geschäfte ausgelöst wurde und sich jemand an ihm rächen wollte. Doch bereits am nächsten Tag geraten zwei ganz andere Personen in ihrem Blickpunkt. Der 44-jährige Olindo Romano und die 43-jährige Rosa Batzi, ein Paar, das ebenfalls in dem Mehrfamilienhaus wohnt. Einigen Nachbarn und auch der Polizei kommt das Verhalten des Paares merkwürdig vor. Während alle anderen Bewohner des betreffenden Gebäudes nach dem Vorfall in heller Aufregung sind, zeigen Olindo und Rosa sich von Beginn an unbeteiligt und fast desinteressiert an den Geschehnissen. Am Tag nach dem Brand fällt auf, dass Olindo einen blauen Fleck an der Hand und einen weiteren großen am Arm hat. Rosa hat eine blutende Verletzung an einem Finger. Sie sprechen mit den Nachrichtenteams, die vor dem Haus stehen und sagen vor einer Fernsehkamera, wie schockiert sie von dem schrecklichen Vorfall sind. Während die beiden wie alle anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses routinemäßig vernommen werden, zeigen sie, ohne direkt nach einem Alibi für die Tatzeit gefragt zu werden, eine Quittung von McDonalds vor, die am Vorabend ausgestellt wurde. Dieser McDonalds ist über zwei Stunden von Erba entfernt. Eine Nachbarin sagt aus, dass die beiden in der Vergangenheit ständig Streit mit Raffaela hatten. Als nächstes werden die Wohnung und die Autos des Paares durchsucht und die Polizei beschlagnahmt einige Kleidungsstücke von ihnen. In einem der Autos werden Rückstände von Blut gefunden, die bei einem Test ein Match mit dem von Valeria Cerubini ergeben. Nirgendwo sonst in ihrer Wohnung oder auf ihren Sachen kann Blut oder DNA sichergestellt werden, nur in einem ihrer Autos. Die Polizei verwandt die Autos des Paares, da sie hofft, dass die beiden vielleicht über die Tat reden könnten. Später sagen die Ermittler, dass die Tat von den beiden so gut wie gar nicht erwähnt worden sei, was sie aber ebenfalls als verdächtig darstellen, da sie ja in ihrem Wohnhaus geschehen ist. Am 8. Januar 2007, also einen Monat nach der Tat, werden Rosa und Olindo festgenommen. Das Paar wird als zurückgezogen und isoliert beschrieben, doch wie während ihrer Verhöre deutlich wird, hängen sie extrem stark aneinander. Rosa hat bereits im Alter von zehn Jahren Gewalt erfahren, und zwar durch einen Mann, der vermutlich selbst zu ihrer Familie gehört. Olindo ist nach einem Familienstreit viele Jahre zuvor von seinem Vater und einem Bruder angezeigt worden. Seither haben beide jeden Kontakt zu ihren Familien abgebrochen. Als Motiv für den Mord an ihren Nachbarn vermutet die Polizei die vielen Streitigkeiten zwischen Raffaela und dem Paar. In der Silvesternacht 2005 auf 2006 prügeln sich Rosa und Olindo während eines Streits mit Raffaela. Zwei Tage nach dem Mord im Dezember sollten sie deswegen eigentlich zu einem Zivilprozess erscheinen. Wie die Nachbarn berichten, war dies aber nur der Höhepunkt einer ganzen Reihe von Vorfällen zwischen Raffaela und Azuz und Olindo und Rosa. Sie hätten sich ständig gestritten, gegenseitig beleidigt und seien regelrecht feindselig zueinander gewesen. Inzwischen hat auch Mario Frigerio entgegen seinen vorherigen Beschreibungen des Täters bestätigt, dass es sich bei den Angreifern um Rosa und Olindo gehandelt hat. Dies sagt er allerdings erst drei Wochen nach dem Vorfall. Plötzlich redet er nicht mehr über den mysteriösen Fremden, sondern über Olindo als Täter. In einem späteren Fernsehinterview behauptet er, er hätte von Beginn an gesagt, dass es Olindo gewesen sei. Doch zunächst beharrt das Paar weiterhin darauf, den Tatabend bei McDonalds verbracht zu haben. Der Verteidiger der Gegenseite hält dies nicht für glaubwürdig und sagt, es sei ein ungeschickter Versuch, ein Alibi vorzutäuschen. Das Paar kann keinen schlüssigen Grund nennen, warum sie zu einem fast zweieinhalb Stunden entfernten McDonalds gefahren sein wollen. In Olindos Besitz wird eine Bibel gefunden, in der eine handgeschriebene Nachricht von ihm ist. Sie ist voll von Beschimpfungen der Opfer und hält außerdem Liebesbekundungen an seine Frau. Schließlich, nach einigen weiteren Verhören, gestehen die beiden getrennt voneinander, die Tat begangen zu haben, mit der Begründung, dass sie den ständigen Lärm der Nachbarn und vor allem die Streitereien mit Raffaela und ihrem Mann nicht mehr hätten aushalten können. Das andauernde Geschrei ihres Kindes wäre ihnen zu viel gewesen. Doch anfangs beschreiben beide die Tat jeweils so, als hätten sie sie alleine begangen und ihr Partner nichts damit zu tun. Erst nach und nach ergibt sich ein schlüssiges Bild über den wirklichen Tatablauf, obwohl die Aussagen von Rosa sich eigentlich ständig selbst widersprechen und voller Logikfehler sein sollen. Was die Ermittler nach dem Geständnis als gesichert ansehen, ist, dass sie die Tat mindestens zwei Monate im Voraus geplant haben. Am Abend des 11. Dezember gegen 8 Uhr klingeln sie bei Raffaela. Sie öffnet die Tür und Olindo beginnt sofort, sie mit dem Messer ins Gesicht zu stechen. Er drängt sie mit der mitgebrachten Eisenstange in die Wohnung und schlägt sie damit und während bereits Raffaelas Mutter Paola dazu kommt und beginnt zu schreien, sticht er zwölf weitere Male auf Raffaela ein. Danach tötet er Paola, die von Rosa festgehalten wurde, ebenfalls mit mehreren Messerstichen. Er geht äußerst brutal vor. Rosa selbst sagt aus, dass sie, während ihr Mann Paola ermordete, Raffaelas zweijährigem Sohn, der zu der Zeit bereits laut weinte, die Kehle durchgeschnitten hätte. Anschließend zünden sie die Wohnung an. Währenddessen kommt Valeria Cerubini nach Hause. Sie bleibt vor Raffaelas Tür stehen, da sie von den Tätern ein Stück offengelassen wurde und merkt wohl, dass etwas nicht stimmt. Olindo hingegen bemerkt Valeria, und beginnt ebenfalls auf sie einzustechen. Valeria beginnt laut zu schreien und wird von ihrem Mann Mario in der Wohnung im zweiten Stock gehört, der nun ebenfalls dazukommt. Olindo lässt von Valeria ab und attackiert nun Mario. Er erwischt ihn direkt am Hals und denkt, er hat ihn tödlich verletzt. Er denkt ebenfalls, dass Valeria tot ist, die zu dem Zeitpunkt im Treppenhaus liegt. Da die Wohnung bereits brennt, wird es für Olindo und Rosa höchste Zeit, das Haus zu verlassen. Sie steigen mit den Tatwaffen in ihr Auto, wobei sie die Blutspuren von Valeria zurücklassen und rasen los, um so schnell wie möglich bei dem McDonalds zu sein, um sich ein Alibi zu verschaffen. Valeria, die noch nicht tot war, hat es irgendwie geschafft, nach oben in ihre Wohnung zu kommen, vermutlich um die Polizei zu rufen. Doch mittlerweile steht das Treppenhaus unter ihr komplett in Flammen und wenige Minuten später kommen bereits die Nachbarn ins Haus. Die Zeit bis zu ihrem Prozessbeginn müssen Rosa und Olindo in Einzelhaft verbringen. Mehrere weitere Häftlinge haben aufgrund der Grausamkeit ihres Verbrechens bereits damit gedroht, sie umzubringen. Trotz der umfangreichen und detaillierten Angaben der Verdächtigen über das Geschehen an dem Abend gibt es Probleme. Olindo hat sein Geständnis zwar bereits viermal wiederholt, behauptet aber zwischendurch immer wieder, dass er und seine Frau unschuldig sein. Auch Rosa hat ja ihre Version der Geschehnisse mehrfach geschildert, kann aber das Geständnis nicht lesen und unterzeichnen, da sie eben kaum lesen und schreiben kann. Während der Voranhörung zum Prozess widerruft Olindo sein Geständnis und behauptet, unschuldig zu sein. Auch Rosa zieht nun ihre Aussagen zurück. Vor Gericht sind die beiden nur mit sich selbst beschäftigt, haben ständig Blickkontakt und kichern gemeinsam, auch als die Fotos ihrer Opfer gezeigt werden. Asus Masuk, Raffaelas Ehemann, fordert immer wieder die Todesstrafe für die beiden Angeklagten, obwohl es die ja im italienischen Justizsystem gar nicht mehr gibt. Mario Frigerio wiederholt seine Aussage, dass Olindo der Täter gewesen sei. Allerdings besteht bereits die Vermutung, dass die Polizei vor Mario bewusst impliziert hat, dass Olindo und Rosa die Schuldigen sind und er danach seine Angaben zum Tatverdächtigen geändert hat. Nachdem Rosa behauptet hat, dass sie nie bei Raffaela geklingelt hätten und auch zuvor nie mit ihr Streit gehabt hätten, sagen Raffaelas Freundinnen aus, dass Raffaela ihnen kurz vor der Tat erzählt hätte, dass sie glaubt, von den Romanos verfolgt zu werden. Dies wird von dem Paar natürlich auch abgestritten. Der Prozess wird ausgesetzt, da ihre Verteidiger beantragen, den Prozess aus Como wegzuverlegen, da die lokalen Medien den Angeklagten feindselig gegenüberstehen würden. Dies wird aber nicht genehmigt. Weiterhin wird die Glaubwürdigkeit von Frigerio diskutiert, der ja zuerst einen anderen Täter beschrieben hatte. Unter anderem hatte er behauptet, dass der Täter bis zu 10 cm größer als er selbst war. Olindo ist aber kleiner als Mario. Bevor er Olindo als Täter genannt und noch den mysteriösen Mann als Angreifer beschrieben hat, hat er seinem Sohn erzählt, dass er den Mann zum Beispiel auf Fahndungsfotos wiedererkennen würde. Das heißt, er hatte offenbar ein klares Bild des Täters vor Augen und das war zu dem Zeitpunkt offenbar nicht Olindo. Außerdem werden die Blutspuren im Wagen des Paares infrage gestellt, da es die einzige Spur war, die gefunden wurde und in ihrer Wohnung zum Beispiel gar nichts festgestellt werden konnte. Es wird für möglich gehalten, dass es eine Kontamination war. Doch schlussendlich nutzt alles nichts. Die Romanos werden anhand der vorliegenden Beweise verurteilt, obwohl sie ihre Geständnisse zurückgezogen haben. Beide bekommen lebenslängliche Haft und sitzen in unterschiedlichen Gefängnissen. Sie dürfen sich einmal pro Monat treffen. Dann geschieht noch etwas Unerwartetes. Asus Masuk, Raphaelas Mann, der ja während des Prozesses noch die Todesstrafe für die Romanos forderte, behauptet plötzlich, dass die beiden unschuldig sind. Er sagt, es hätte schwere Fehler bei den Ermittlungen gegeben und fordert ein Wiederaufnahmeverfahren. Dies löst absolute Empörung bei Raphaelas Vater, Asus' ehemaligen Schwiegervater aus. Asus erklärt, dass ein Informant seiner Mutter in Tunesien mitgeteilt hätte, dass die Tat von einer organisierten kriminellen Bande durchgeführt worden sei. Kurz vor der Tat seien zwei Männer in der Nähe des Gebäudes gesehen worden. Zudem gäbe es einige neue Beweismittel, die damals gar nicht analysiert worden seien. Sein Antrag wird im Jahr 2017 erstmal als unbegründet abgelehnt, da zum Beispiel die neuen Beweismittel sehr wohl bereits untersucht worden sein. Trotzdem hält Asus auch weiterhin daran fest, dass die Romanos unschuldig sind. Er behauptet nun zu wissen, wer seine Familie getötet hat und sagt, es war ein Mann, den er zuvor gekannt hat. Sein Anwalt wüsste über alles Bescheid. Könnte dies wirklich der Fall sein? Olindo und Rosa haben ja nach ihrem Geständnis immer wieder ihre Unschuld beteuert. Mario Frigerio hat sie als die Täter identifiziert, nachdem er zuerst einen anderen Mann beschrieben hat. Er ist allerdings mittlerweile verstorben. Diskussionen gibt es auch durch die Abhörung der Gespräche im Wagen des Paares durch die Polizei. Zuerst wurde ja behauptet, dass die beiden die Tat untereinander so gut wie gar nicht erwähnt hätten. Doch inzwischen ist herausgekommen, dass das Paar vom Beginn der Aufnahmen an, also ab dem 16. Dezember, sehr oft über den Vorfall gesprochen hat, allerdings nie mit sich selbst in der Rolle der Täter. Zumindest Rosa hat sich bei ihren Angaben zur Tat immer wieder selbst widersprochen. Warum? Weil sie ein fabriziertes Geständnis abgegeben hat? Oder weil sie sich selbst herausreden wollte? Wenn die Romanos wirklich unschuldig sind, wäre das natürlich ein absoluter Skandal. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung dazu. Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr es wirklich nicht gewesen seid? Lasst mir wie immer gerne einen Kommentar unten. Ein erneuter Antrag auf die Überprüfung einiger damaliger Aussagen und Beweise wurde im Jahr 2019 schließlich genehmigt, ist aber offenbar noch nicht zu einem Abschluss gekommen. Es bleibt nur zu hoffen, dass Asus neue Variante der Geschehnisse eingehend überprüft wird. Während der ersten zehn Jahre ihrer Haft ist die Beziehung zwischen Olindo und Rosa unverändert geblieben und sie schienen immer noch besessen voneinander zu sein. In den letzten Jahren sind allerdings Geschichten darüber aufgetaucht, dass Rosa sich im Gefängnis mit einem neuen Mann eingelassen hat. Ihre monatlichen Treffen mit Olindo nimmt sie trotzdem regelmäßig wahr. Das war also der Fall der Erbermorde. Denkt daran, ein Like da zu lassen und falls ihr Lust auf noch mehr Fälle habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Danke fürs Anschauen. Bis gleich! Untertitelung des ZDF für funk, 2017